Egal, scheiß auf. Ich hab noch nen Helm dabei, der... Ich weiß schon, wiem der ist. Ich hab auch nen Helm. Oder? Ja. Weg ist sie. Wer hat die Anaconda? Die hab ich. Willst du sonst die Anaconda haben, Andy? Nee. Krüger? Nein, mann, der will keine Krüger. Ich will doch meine Jermichow wiederhaben. Mit einem Magazin. Ist ein kleines Wewe. Ich will meinen Schnuller wiederhaben. Ist ja eigentlich... Ich kenn die Knarre gar nicht. Ist sie so gut? Wie sieht denn die aus? Das ist ne ganz normale Pistole. Ganz stinknormale Pistole. Wie viel Schuss im Magazin? 13. Jetzt wahrscheinlich nur noch 12 oder 11. Ich brauche ne Küche. Da sind immer viele Raffen. Heute sind wir 26 Leute, ne? Jo. Ich guck mal ein bisschen was mit meinem Fernlass. Soll ich mal ein bisschen zurückbleiben und gucken? Ja. Ich komm langsam mit, aber guck dabei. Aber ist einfach hinten abgeschossen. Ja, einer soll hinten gucken wegen Spawn, ne? Wow. Wie gut das aussieht, wer nickt da durch? Guckt der. Ja, wie ein Leikeboss, man. Ja, wenn ihr mit euren Fratzen da genau wie er im Sichtfeld steht... Ja, guckt der noch drauf? Achso. Achso. Nö, alles sehr ruhig. Ja. So. 26 Leute. Boah. Ich komm schon mal mit meinem Aim-Bot wieder. Und rechts und rechts fahren. Ja, da sind zu viele Zombies, also gibt's auch nix. Ich bin bei der Polizistisch. Ach, ihr seid alle schon nie? Ja, ja, wir sind eigentlich recht rasch gefolgt. Ich bin dahinterste. Schlusslicht. Man sieht's an deinem weißen Pulli. Ja, stimmt. Ich hab' mir umgezogen. Ja, stimmt. Ich hab' mir umgezogen. Na, warte, 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 warte. Dann geht's nicht alleine. Sonst verrät's uns noch. Da sind Zombies. Bleib lieber hier. Bleib lieber hier. Und 60 Jahre so lange in die Zellereien. Dass wir ihn nicht nur mehr kommen. Ich bin nicht so schlimm. Alles leer. Nein, aber da kann ja wenigstens... Alles leer, guck, das ist auch abgefahren, hier. Spielen wir uns in Star Wars. Ne, das war... Soll ich mir machen, ne? Oh. Hey, mein Rucksack guckt da durch. Schrafft da jemand wieder an der Wand? Ja, glaub' ich auch. Ich lockere Nils, also. Schraff's wieder drauf. Nein, ich nicht. Ich war das nicht. Ich stand da grad, ähm, mit meinem Rucksack hier so. Ich hab' das aber auch gehört. Ja. Was habt ihr gehört? So'n, so'n, so'n Zwischen. So, als ob ich einen Schuss nehmen und einschlagen würde. Ja, das ist... Pass auf, dass ihr euch jetzt nicht gegenseitig schlagt, wenn ihr euch das demonstrieren wollt. Das ist meine Machete hier. Das ist langweilig. Okay, hier ist keiner. So. 30 Leute, komm' schon. 30, ey. Was ist dieser Constable? Was ist das für einer? Ja, das wollt' ich auch mal wissen. Ja. Soll ich dann der Überbanditenkiller? Kommt das nicht nach? Ich hab' keine Ahnung, wenn der mal kein Hackhard. Ich hab' keine Ahnung. Oh, in der ist auch Ländler. Äh, the legends. Wo jetzt hin? Supermarkt oder? Ich geh' hier, Dings. Miracle. Und die Kirche. Kirche is lame. Ich muss auch mal die Kirche. Aber letztes Mal haben wir... Wie viele Headshots haben wir in der Kirche gerade eben gefunden? Drei. Drei von vielen, ne? Und gut. Erhört sich eigentlich, ähm, die Spawns, also die Spawns zeiten, dass sie kürzer werden, desto mehr Leute drauf sind und desto bessere Sachen spawnen oder ist das egal? Ist das egal? Mir kommt so mal vor, wenn ich auf vollen Servern bin, das ist ja mehr Spawns. Ja, hab' ich irgendwie auch mal so'n Fawns gehabt, aber ich glaub' das ist gar nicht so. Warten, ist ja wieder der Pedo-Rucksack. Zombies, zwei Zombies kommen. Ich mach' den. Er könnte ich doch n'machen. Binocular. Ja, kann's sein. Jetzt kommen ein paar mehr, weil geschossen wurde. Schau, schau. Stimmt's dir. Hier liegt ein. Nicht ein paar mehr, einer. Ja, meine. Komm' mir wieder zurück hier rein. Weil sie mich infiziert ist, ich hab' auch raus. Schlack auf den Kopf. Hab' ich doch. Der Baseballschläger ist auch ne Scheiße. Na. Bosnau-Basch und Geldersteck. Wow. 32. Schon wieder. Kuro, wo man besser, ganz von weit von uns weg. Wo, wisst ihr, äh, Kurwa heißt, da ist polnisch. Ach was. Kann auch servisch sein. Ne, Kurwa-Machi ist polnisch. Alles einer, Krankenhaus einer Post Office. Wer ist da beim Krankenhaus drin? Das ist ja, oder? Wer braucht nur die. Ja, das ist kein Ding. Ich hab' noch weiter. Ich hab' noch weiß. Die ist keiner. Irgendwie soll ich die Kirche, ne? Tja, ich würd' sagen... Ich pack' mich jetzt hier hoch. Warte mal ganz kurz. Na, ist auch schon fast sechs. Also ich würd' sagen, noch so ne letzte fette Aktion und dann war's das eigentlich auch schon für heute. Ja. Weil viel mehr Zeit hab' ich dann gar nicht mehr. Welche du? Ja, wohin wollen wir jetzt noch? Großartig von Smallwood. Weiß ich bald 34 Leute. Ich mein, hier kommen grad so viele drauf. Ja, wir könnten... Wir könnten... Review nochmal. Naja, das schaffen wir. So viel Zeit hab' ich auch nicht mehr. Wir können uns hier nochmal ein Ding verschanzen, oder nicht? Ja, aber wo? Wenn hier keiner ist. 34 Leute? Komm' hier gleich jemand vorbei, oder nicht? Nicht nur einer. Also, Vorschläge. Was machen wir? Kirche. Kirche. Wir beten den. Oder alle Police Station verschanzen, oder so. Oder die Häuser, die ich gern. Jeder geht in ein Haus. Hanni, was sagst du? Ich hab' keine Ahnung. Das ist auch komisch, dass hier niemand ist. Das ist echt komisch. Wir spähen uns grad' alle aus. 34 Leute und nur in Smallville. Ist keiner. Was soll das machen? Was soll das machen? Ich bin hier... Ich bin hier... Ich bin hier... In der Mitte der Kreuzung. Keiner schiebt, ja. Ich provotiert es nicht zu sehr. Ich provotiert es nicht zu sehr. Scheiß ist das Sniper-Schutz. Tja. Alle Police Station irgendwie verkampfen. Ah, da steht PvP in Rocky Ford. Oh, das ist weit weg von uns. Boah, das ist weit weg von uns. Ich denke dich. Wer leuchtet hier rum mit einer Taschenlampe? Wo? Keiner. Nein. Da ist schon wieder. Wer ist das? Das ist aber einer von uns. Ich weiß. Oh, Junge! Naja. Naja. Naja, bist du tot. Du hast ganze Zeit auf mich geleuchtet. Nee, ich guck da so hin. Wer wäre... Hast du überhaupt eine Taschenlampe dabei? Ja, das hast du gerade gefunden, oder wie? Ja, neckelisch. Kannst du weg werden? Ich glaube, ich auch noch. So, ich kann sein, das ist ein Zombie-Polter, oder? Aber hier wird gleich einer kommen. Glaub ich auch. 35 Leute. Bestimmt kamen die alle in Klivierung oder in Campus. Naja, letztes Mal hatten wir hier gerade eben, wo du noch deine Probleme hast, hatten wir hier vier bis fünf Leute. Ich bin in der Kirche. Scheiß Taschenlampe. Oh, Elsten. Yeah, your headshot. Schon wieder? War hier nicht gerade? War Marcel nicht gerade eben in der Karte? Ja, auch. Ja, dann spunk hier jetzt was, immer. Kann ich das Headshot kriegen? Alle für... Alle für... Ich hab das schon genommen. Du kannst hier Baseball-Bet haben. Sinnvoll. Hab doch selbst einen. Ja. Aus... Aus Holz wahrscheinlich, ne? Ja. Du kriegst das Metall-Stück. Ja, hier hast du mein... Mein Hammer. Oh, okay. Ja, dann spunk hier jetzt was. Bleib mal in der Police Station. Da war hier vor 15 Minuten keiner mehr. Wie... Wie sind die Respawn-Zeiten immer? 15 Minuten, ja. 15 oder 50? 15, ne? 15. Bei Military Loot ist es eine Stunde. Ähm... Ich glaub ich... Ich hab einen Glitch gefunden in der Kirche. Ja, ja, ja. Du Glitch dich überall, ey. Er ist nur am Glitch. Er ist nur am Glitch. Wir haben ihn ganz neben einmal mit dem Dach gezackt und überall... Den kennen wir. Ich bin hier grad hochgesprungen. Ich bin hier grad hochgesprungen. Ich bin hier fast... fast im Dach. Oh, Mann ey. Oh, Mann ey. Oh, Mann ey. Hier, seht ihr doch? Ja, ja. Sprick mal hoch. Ja, ich mein. Ja, ich mein. Aber ich glaub, man kommt nicht ganz auf. Nee. Nicht mehr. So, man weiß nicht, Leute. Ja, kommt wieder hier einer. Da kommt wieder 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 einer. Soll ich ja mal schießen? Nee, nee, oder? Keine Ahnung. Doch. Doch. Doch, ich tue es jetzt. Ich mach mal aufschneiden. Kommen wir jetzt nicht die ganzen Zombies noch? Nee. Mauer tauschen aber aus, David. Es blendet immer so. Ja, ich wollt mir ja auch nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Cleavio, meint einer. Ja, die sind alle in Cleavio, hab' ich auch gesagt. Achso, fuck. Ich dachte, wir wären auch Cleavio. Ja, Party. Ja, die sind alle in Cleavio. Wir hören uns ab, ne? Ich guck' nochmal, dass dort Post auf ist, auf der Respond ist. Achso, fuck. Oh, 38 Leute und keiner ist hier. Das ist mal Schatz. Nee, 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 nee. Nee, ich bin genau hinter dir. Nein? Oh, doch. Ich komm' jetzt zum Hammer. Digga. Ich möchte hier nicht alleine mit dir in dem Zimmer sein. Super mal. Was, ich mach' doch gar nichts. Alter, was macht ihr denn da alles? Ich schmeiß' das alles auf den Boden. Okay, reicht. Ja, auch geht's gut. Wollen wir mal ein bisschen Schildkröte hier machen? Ja, genau. Mach' aber die Schildkröte. Ich mach' die Schildkröte, Junge. Ich, ich drehe mich ganz halt im Kreis und mach' die Schildkröte. Okay, ich glaub' deutlicher geht's jetzt nicht, oder? Dass hier jemand das Video kommt? Nein. Die sind alle in Kleveau. Too much people in Kleveau. To much people in Kleveau. Oh, ich würde dazu gerne noch mal einen Laufen jetzt. wie wir hier einfach nur party machen wird schön mitten auf der straße ja hier ist ja keiner können wir uns ja leisten ja deswegen ja aber gleich wird wahrscheinlich einer abgeschossen habt ihr geschossen? ich hab in die luft geschossen sag das vorher einmal an ich kann mal mit der double barrel in die luft ballern dann kommen die bestimmt ich hab nur ne kugel so wenn es hier nix kommt dann wäre es eigentlich auch ein ganz guter einschnitt ne dass wir hier dann schluss machen oder? ich hab wie zählt das aussieht wenn man hier drin steht schießt er immer noch? ja du? ja machen wahrscheinlich verschreckt ihr da ja mit allen statt dass sie irgendwie der zombie ich schieb mich auf du geh zombies fahren wie mächtig ihr euch jetzt fühlt nur weil ihr in der gruppe unterwegs seid alleine würdet euch sowas niemals trauen in st m heute haben wir dran zu entdecken der hock drüben der schüler das hat so menschlich aus der übrigen mit dem kopf wird schon mit ranken mit menschen der reißig auch hoch geht schon aus und auch werden er wird der tasche Lampe wir haben geschossen und das was man möchte setzter das hier hoch gut ist es ein bester keine monathe erster ich hab zwar noch hier zweimal dieses Gau diese Gau-Munition dabei aber ich kann nicht nachladen das übel komisch weil das ist ja da steht ja sogar noch dabei auch vor die US-Urste Prozent Stabbel da aber ich kann nicht nachladen Joachim ich glaube hier kommt nicht mehr oder wir kommen nicht mehr hätten wir da geworfen nimm du mal bitte lockst dich schon aus nimm mal bitte nimm mal bitte das hier und das hier und guck mal ob du das irgendwie da dran kriegst er nimmt sie jetzt mit okay hab ich ausgelacht da und die Schuss mit der Kugel nö das dasselbe kenne ich selber das kriege ich auch mal nicht hin eigentlich muss man doch nur rechtsklicken äh einfach nur R drücken und dann verliert sie das doch naja was geht nicht ich glaube sie dir wie das ja da kommt doch ganz vor Ort ja das ist zwölfmal Gouge das ist nicht das ist das falsche da steht auch da oder nicht naja und wenn es so schön ne das ist das falsche das ist das falsche das ist wie die große ne keine Ahnung ist nichts mehr los die sind alle woanders ja ich würd sagen dann machen wir auch Ende jetzt hier ok ok ja dann würde ich sagen ich habe mal hier ein bisschen rum genau feier euch noch ein bisschen aus oder das leck ich will nur schlag verpasst waa warte ich mache den Horroman ich glaube bevor wir uns alle jetzt hier gegenseitig umlegen heute hat es lieber wendet Nick wieviel Leben hast du äh nur auch Füße wieso sag mal nur schlägst mich jetzt hier nicht man ich kann nicht wieder heilen nein Spaß lieber auch ich spende es lieber irgendjemanden kranken den das wirklich braucht keine Ahnung ich höre auf mich zu blenden da hinten ja ok dann würde ich sagen danke fürs mitmachen ne war auf jeden Fall nice und ja vielleicht machen wir es auch nochmal ne bleibt ihn also Freunde dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe auch alle anderen hat es Spaß gemacht und ja ciao